Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Rainbow Six Siege mit Dalu Kondran, Sachsen-Let's Player und Early Boy. Warum komm ich immer... Glatzen-Let's Player, wollte ich sagen. Was? Dr. Evo. Was? War die Frage Early? Warum komm ich immer als Letztes? Weil du im TS ganz unten stehst. Also ich lese das einfach nur vom TS ab. Und da stehst du da unten. Ich könnte jetzt sagen können, das Beste zum Schluss aus wäre gelogen. Ich bin ja nie net. Tut mir leid. Ja, ich bin ein Kakti jetzt, ey. Meinst du das eigene oder das gegnerische? Das eigene. Achso, ja. Gucken, dass es noch so eine Karma-Runde wird. Komm, scheiß drauf. Nein, nein, nein! Willst du schon wieder einer toben? Ach nein! Ich glaube... Zwei. 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 Vier. Vünf. Jo, nice. Könntest du hier noch offen sein? Ja, ja. Ich will da eine Kamera rösser. Die kommen unten rein, ich glaub's fast, oder? Hm. Nö. Die kommen hier irgendwie. Oben? Auf jeden Fall. Aber wir waren das, oder? Es ist gar nicht oben. Okay. Nö. Ist es unten. Ist es oben oder unten jetzt aufgegangen? Oben. Da steht vor der Eingangstür. Also leg doch eh ne Falle. Mach wieder zu, ich geb dir Backup. Wer hat's denn die Tür? Hier. Na halt nicht, Manus, okay gut. Was denn? Mach die Tür wieder zu! Die hab ich extra aufgemacht. Ja, aber ist doch Quatsch, hier liegt eine Bärmpfanne rum, wir haben geschießt. Dachse, warte, ich geh in die Kamera. Schön. Wer drängelt denn hier so rum? Ich steh dich wohl. Manus, der schießt von außen da durch bei dir. Dachse, wenn ich jetzt lage, steht einer in der Tür. Mhm. Oben ist einer scheinbar. Oben spottet uns, Manus. Der weiß, dass du da bist. Ich weiß. Und Kamera weg. Sind das schon Troublemaker hier? Wo, Dalu? Ja, unten an der Tür. Sind denn mir noch alles gut? Ja. Ja, alles easy. Fuck it. Fuck it. Hauptraum. Eingang bei uns. Hu, hu, hu. Hu, hu, hu. Hu, hu, hu. Ja, kommt das eigentlich schon. Ich bin drinnen bei mir. Auf der Schatz. Wo denn? Ja. Ja, immer noch dort, wo sie vorher aufmachen. Schön, Olli. Schön. Fuck! Der wollte grad einen Bomben platzieren. Ich hätt ihn fast gehabt. Links am Fenster, glaub ich, oder? Lass ihn jetzt nicht legen. Ach, dann nicht. Irgendwer mit einer irgendeiner Kamera noch. Ja. Ja. Ich hab den voll gehitet. Ich hab den voll gehitet, alter. Bleib da, Manu. Andere Treppe hoch. Kann man nicht durch die Wand sehen. Haupteingang ist da rein. Ja, schön. Du macht Sachse voll. Das war ich. Nee, der Sachse hat dich aufgehoben. Das fand ich gut. Gut gemacht Sachse. Ich hab so einen Hunger, ne? Das hat Spaß, die Team, ey. Ich hab auch Hunger, ey. Ich hab schon gegessen. Wollt ihr wissen, was es gab? Veganes Zeug. Irgendwas vom Feld? Nein, nur Brot. Irgendwas vom Feld? Ja, es ist natürlich irgendwas vom Feld. Isst du nix vom Feld? Hau ab! Wer? Leckere Brötchen. Sachse spricht wieder... Hat sie dir auf den Kopf getätschelt? Auf die Platte? Geflore, Geflore. Aber es geht ja gar nicht, dass du Schützbrille. Ja. Die Brille sind oben hinten aufgestellt. Wir müssen eine Bombe auf. Du sagst, du sitzt grad vor dem Rechner mit so... mit so einem Grasheim im Mund. Ja. Cowboy, hau die Partner. Aber da wollen wir ein paar Typs ficken. Das ist dein Slogan. Ganz oben. Ganz oben. Ganz oben. Mit Störsender. Da brauchen wir nicht eine reingekommen. Ich hab den gespottet. Ah, geil. Metal-Leute. Ich hab mal wieder Bock auf so ein Spiel, was irgendwie so im Metal-Alter ist. Die Witze sind über 25 Folgen alt. Da kann Manus wieder... Ja, aber die kann man ja wieder bringen, hab ich mir so gedacht. So ein Vierteljahrhundert-Folge her. Dann kann man so einen Witz noch mal wieder rausbashen. Aber es scheint mit euch nicht zu gehen. Ist in Ordnung. Lol. Doch. Hast du nicht lachen? Naja, nur seine Reise. Scheiße, du. Achso, wir haben gar nicht gespottet. Lol. Richtig. Wir wissen auch gar nicht, wo sie sind. Keine Ahnung. Okay. Kinderzimmer, glaub ich. Soll ich da mal was aufmachen? Ja, genau. Oh, ich hab ja was. Nicht nach links gehen, Manus, ja. Also so, ja. Da steht einer hinter der Wand. Geht das so? Ja, das geht so. Wer hat den Entschärfer? Ich. Keine Vision mehr! Kunran, wenn du hier reinkommst, ich geh jetzt Risiko rein. Kunran, komm hier! Jetzt ist der Gift. Da ist noch ein Smoke drin. Und dann mach ich mich mal kurz runter lunzeln, aber auf der Treppe irgendwas steht? Ne, ist die gut. Der hängt links in der Ecke, hängt der. Boah, Alter, die haben ja alles vermint. Das ist ja Wahnsinn. Oh, Minen gibt's jetzt? Ja, ja. War der oben ein, oder hast du nur so durchgeballert? Feind raus und roll. Ja, ja, ja. Hol dir den Spasti, oh lol. Hab ich. Nice. Puh, das war knapp. Entschuldigung, ich wollte den nicht so beleidigen. Ich musste erst mal gucken, wo er ist. Ja, ja. Hat mich auf 32 runter geschossen. Na, hier ist soweit erstmal alles klar. Ja. Ja, lock sie mal raus jetzt. Bin ich mal gespannt. Äh, 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 bei mir, bei mir, bei mir. Ein Skip. Danke. Hinter dir sagst du, hinter dir sagst du, hinter dir sagst du. Alter. Jetzt. Dümmes Stück, elendisches Scheißdreck. Sieht aus da. Hallo Bart. Sag das sowas nicht. Äh, doch. Ich will mich dreimal schippen, dass er mich trifft. Hallo. Hallo. Was ist dieser Ruh an, ey? Waren beide oben? Einen entschärfer müssen wir noch. Einer war ins. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Ja. Ja. Boah, hab ich mich erschrocken. Aber er hat völlig heller gekiecht. Äh, guck nach unten. Ja. Ja. War er bei dir? Im Raum? Ne. Ne. Ne, jetzt keine Leute, da war noch ne Falle. Wo denn Dalu, sag mal. Bei mir, links. Ja, ich hab ihn gesehen. Oh, der schießt doch, der schießt zurück, ne? Oh, der hat jetzt, der hat kassiert. Ey, der ist an der Tür. Nö. Der hat kassiert. Ey, der hab ich gut vorgearbeitet. Für den schieß ich auch nur einmal. Ja, weil ich habe auch so schön reinmassiert, hab schon meine Kugeln. Boah. Richtig schön. Wollte ich gar nicht mehr. Einmassiert hab ich's von hinten. Ah, gut. Wisst ihr, was ich heute noch esse? Melone. Oh, Melone hätte ich auch Bock drauf. Melone ist geil, ne? Könnt ihr euch ja einen teilen. Ich würde gerne eine Melone mit Orly teilen. Weißt du, dass der Junge halb so alt ist wie du? Ist das so jung? Hä? Ey, warte mal, war das jetzt eine Beleidigung für mich oder für Orly? Boah, die Schnauze. Jetzt weiß ich nicht. Jetzt weiß ich nicht, wen du meinst. Irgendeinen will er dessen. Orly, das können wir uns nicht spielen lassen. Orly hat ja schon gesagt, dass er eins, wann sie ist. Hey, 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 hey. Keine Westen für Dalu. Oh, hey, hey, hol Luft. Tschüss. Kommt jeder weg. Na gut. Muss noch einer? Nimm die Pistole, das geht besser. Da ist ne Drohne zu euch runter gehüpft. Hab sie. Es bleiben nach 10 Sekunden. Warte mal, hier ist noch irgendwo einer. Schau sie doch. Alter. Moment. Steht der Schrank immer random da? Ja, das einzige Objekt in Rainbow Six, wo es immer anders ist. Warum? Ne, steht immer. Nein, steht immer. Der kann nicht immer da stehen. Nein, 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 nein. Nein, das kann nicht sein. Letzte Runde habe ich hier durchgepiecht. Dann hast du den kaputt gemacht mit dem Sprengsatz. Oh, die kommen hier hinten. Wo denn? Hallo, Tür. Also die Dings-Tier da. Ah, diesmal haben sie die Außenkammer. Ja, das ist zufrieden. Ja, das ist zufrieden. 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 Störe, der Naga startet. Find im Vier. Was schießen wir da draußen mit dem Silencer rum? Äh, auf die Cam. Ist da was early oder? Kein Mann. Da oben Hauptding. Ja, hat hits. Hat auf jeden Fall gefressen. Haupteingang. Lol. Was für ein Luck-Shot. Wieso bin ich geflasht worden? Äh, von wem? Ja. Wer hat hier geflasht? Ja, wir haben keine... Hä, wer hat hier geflasht? Ja, die Gegner würde ich sagen. Ja, von wo? Ja, aber ich bin oben in dem Kinderzimmer drin. Ich frage mich, wo ich die Flash abbekommen habe. Vielleicht ist der irgendwo noch. Haupteingang ist die Bombe. Die Bombe oder der Diffuser? Der Bombe. Ist da noch was early? Warte, wir gucken mal. Wo, 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 wo? Wo, 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 early? Yippie, yo, yippie. Vom Fenster. Vom Fenster direkt. Ja, wo ist der? Ist ein Sniper. Ah, das Problem ist hier von zwei Seiten. Ah, lol und Haupteingang. Äh, ne. Doch Haupteingang auch. Vorfühlen. Was soll ich sagen? Fuck, fuck, fuck. Durch die Wand, wo die Löcher... Wer schießt eigentlich immer diese behinderten Löcher in die Wand? Oh, fuck it. Ich hab noch vier AP. Der Bombe ist da oben. Ist schon im Raum drin. Haupteingang. Habe ich getroffen? Ja. Hat noch einer eine Info, wo wer ist? Am Haupteingang ist einer. Ich weiß jetzt nicht, wo sein Status ist. Es kann auch sein, dass er jetzt draußen auf dem Vorsprung ist hinter dir da. So würde ich ja hören, wenn was kaputt geht. Wir plant den Diffuser. Pass auf, Haupteingang. Ich glaub links ist noch was nach. Das ist Dalu. Bin mir nicht sicher. Irgendwas. Ach ne, das ist okay. Das ist der Mate. Der Diffuser nicht. Da ist er, Dalu hat ihn. Haupteingang. What? Der hat uns fast alle geholt, der Typ. Ja. Jetzt vier Kills nur. Oder hat er noch irgendwie einen anderen Tod? Der hing genau auf dem Schädel. Der hing nur die ganze Zeit. Der ist nicht vom Fleck bewegt. Vielen Dank. Ja, der ist schon mal ein Kuntrad. Ne, ich hab Ash jetzt genommen. Ich hatte gerade Sledge. Bloody. Danke. Hast du eine Wassermelone bekommen? Ja. Ich will auch eine Wassermelone. 80% Wasser. 30% Melone. Schmeckt übelst lecker. Auf einigen saushaftig. Ja, das spielt man auch nicht durch. Okay, jetzt nimmst du die Melone mit der Mittenzeiten an Fingern. Ich weiß jetzt nicht, was das Problem liegt. Äh, den Fingfinger. Äh, Gingfinger. 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 Ja, den Fingfinger. Hallo? Ich hab nur gesagt, danke. 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 Wo hinter der Tür ist der direktes Frostferne? Das weiß ich eigentlich nicht. Das weiß ich eigentlich nicht. Was hat der denn Kind gemalt? Oh, die platziert eher nur ein paar Frostfallen. Also eine Frostfalle liegt in der Gerage. Rechtes Tor, eine Frostfalle liegt. Und tschüss. Durch diesen kleinen Miniraum. Wenn man die Treppe runter kommt, direkt hinter dem Schild. Ach da beim Durchgang. Oh, da genau. Haben wir Sledge? Äh, nicht Sledge. Confuse. Äh, diese Defensiv-Gedönster. Haben die unten noch alles dicht gemacht? Über was? Die haben nichts im Licht gemacht. Na hier ist Stun oder halt irgendwas. Wo über uns? Wie sie sich das anhören? Habt ihr irgendwie Cam? Äh, mach doch mal die scheiß Cam hier. Habt er? Ja, er hat die Cam gemacht. Jetzt macht er keine Cam mehr. Ja, irgendwo auch was. Aber egal. Ich würde mich heute nicht so weit davon lassen. Ja, geh nicht so weit rein, René. Wir können nicht hinterher. Hier ist Gas. Woher das auch immer kommt. Wer hat das Gas geworfen? Von vorne. Keiner von uns ist doch Verteidiger. Really? Nur Smoke. Gas. Ja, Gas. Ne, ne, richtig. Das Gas, was tot macht. Ja, hat nur Smoke. Okay. Wo sind die? Pass auf, da ist ein Draht. Ich hab kein Draht. Auf der rechten Seite. Hier die Hermes House Band ist down. So, du kannst dran theoretisch setzen, weil hier ist Clear. Im Gym sind noch Leute. Ah, von oben. Treppe. Baller da durch, Manus. Baller da hoch. Jetzt kann auch einer von außen kommen. Kommt jetzt von außen. Ich hab den Dropper aufgemacht. Wo ist der? Bei mir. Der geht. Der geht wieder zurück. Der geht wieder zurück. Der kommt wieder. Sehr schön. Der läuft hoch. Keine Ahnung, was er vor hat. Das klappt doch nicht mehr. Wo ist er hin? Der Teamklau noch von Manus. Aber wo ist er hin? Der ist einfach wieder hochgerannt. Da ist er. Da ist er. Ah, da meine ich. Keine Muni mehr. Oh, Topplayer. Das hat mich ein Dings gekostet. Der Teamklau, ne? Ein Topplayer. Ja. Ich will. Ich will. Stand noch nie da vorne. In der Stelle. Egal, in diesem Sinne. Schaut bei den anderen vorbei. In der Videobeschreibung. 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 In der Videobeschreibung.